Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmerunde zu Minecraft Dark Knight. Mit dabei am Start ist Teezy. Hallöschill. Kann ich auch nicht, tut mir leid. Wir haben wieder bock meine Runde aufzunehmen. Ja genau, genau das habe ich mir auch gedacht gerade. So, ich werde heute mal meinen Keller ausbauen, so ein bisschen. Und zwar, wo habe ich noch mehr Holz? Habe ich nicht noch mehr Holz irgendwo? Hallo? Habe ich nicht noch mehr Holz oder so? Warum habe ich hier Barren drin? Warum habe ich hier Steel Inge drin und so? Ach ja, ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja, jetzt heißt das Kohlcook, jetzt heißt das Kohlcook und nicht mehr Koks. Kohl, 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 Kohl. Boah, schade. Ich fand das witzig, wo der Kohlcook stand. Aber ich glaube, das war deutsch, oder? Kann es sein? Habe ich auch, habe ich auf englisch geändert oder sowas? Oder warum heißt das nicht mehr Koks? Keine Ahnung. Ja, ich bin auch gerade verwirrt. Aber, aber richtig. Denn, also ich sage mal so, ich will in meinen Keller auf jeden Fall anfangen mit den ganzen Maschinen und so und dass man langsam mal so ein bisschen zur Sache geht hier. Weil bei mir ist es ja immer so, ich fange immer an, die Maschinen zu bauen. Hä, hatte ich nicht 7? Nein, Quatsch, ich fange immer an, mein Haus zu bauen. Boah, Alter! Ich sage immer, alles so scheiße, gerade, ne? Kann es sein? Ja, stimmt! Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Ja, war ja klar. So, jetzt brauche ich, äh, ne, den muss ich nehmen. Zack, 38 Stickies. Jetzt muss ich ein paar... Ja, das wird jetzt eine Folge, ich würde, das wird eine lange Folge, glaube ich. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich, äh, irgendwie unten im Keller, ähm, auch, äh, den, ähm, wie heißt der, was, was du da baust, ähm, den Reaktor, den Big Reaktorbau. Den will ich auch versuchen zu machen. Zumindest versuchen, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, keine Ahnung. Und schaffen ist ein großer Unterschied. Ja, das stimmt, allerdings, da hast du voll wahr. Hast du aber richtig wahr. Das heißt, hast du voll recht. Nee, das stimmt jetzt so nicht. So, jetzt habe ich hier ein paar Leiter. Einmal. Das stimmt jetzt so schon. Oh, jetzt wird's tief. Ha, 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 ha. Das wird daran, vor allem, Matzi wird kassiv, Matzi schlägt eine kleine Kinder, wo er sagt. Ja, das stimmt jetzt wohl so nicht, wahr? Ich, ja? Ja. Sechst. Leute, schreibt meine Kommentare, ob Matzi kleine Kinder schlägt. Ich würde mich darüber freuen, wenn einige die Leute die Arsch schreiben würden. Nein! Hahaha. Hallo? Nein, du so offen. Hallo, ich bin ganz friedlich. Ganz friedlich. Im Hintergrund hat man schreibende Kinder. Äh, äh, nee? Also, Justin, like das Video und schreib bitte darunter, dass Matzi kleine Kinder schlägt. Nein! Was soll denn das für ein Sie? die mögen mich alle nicht mehr das finde ich voll du und jetzt gibt man das ich habe mich jetzt mal unten gebaut ich muss mal gucken wie weit ich da überhaupt genau ich schlag bis nach bayern runter jetzt schon wieder aus riesenwitze ich habe gesagt das ist sozusagen ja ja sozusagen ich bin gerade mal überlegen ob ich das nicht so lasse dass ich das hier hier so lasse so damit man so ein aufstieg hat nach oben hin und ich werde mir hier nicht aufstellen weil ihr seht ja wahrscheinlich gar nichts oder meine güte wenn dieses video online kommt habe ich schon sommerferien aber im moment ich habe immer noch keine sommerferien ja das stimmt allerdings ich also wir haben jetzt mittlerweile okay ich wollte ich wollte nicht so es verletzt mich zwei drei vier finde ich jetzt witzig aber egal 1 2 3 boah alter hör doch mal auf immer die kleinen kinder damit reinzuholen ich habe gar nichts damit zu tun ganz ehrlich das meine ich ernst desto mehr ist es das sehe ich jetzt nicht so aber egal ich bin gerade überlegen wie muss ich das das denn jetzt noch machen ich muss das muss immer so nah am mikro an das geht gar nicht hier sonst hört man mich gar nicht wenn es hört man mich gar nicht ja klar damit man mich überhaupt hört da ist eisen ich habe eisen ich habe gerade eben ich war ja wie sie gerade mal kurz auf dem server hallo ich wollte ich wollte ich wollte gerade sagen du kannst nehme ich mal doch doch er meint mich doch ganz eindeutig das kann ich mein saudi die war essen snickers und so wirst du lieber na ist das sehe ich jetzt nicht so deswegen ist das ja 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 eben ja ja genau ja total so hier habe ich noch kohle sehr gut ich nehme das eisen natürlich auch mit ist ganz wichtig warum warum sagt so schlampe ich weiß doch gar nicht was du ja genau habe ich habe ich auch genau gehört okay dann stelle ich das video ab 18 frei ich darf nur 18 hier gucken nichts zu bedeuten aber was kann gar nicht sein also ich guck mal ich guck mal wie das war nie an aber gut und das meins macht sie schaut seine videos nicht an was ab ja hallo schaust du deine videos an ab und zu ich schaue mal man halt nicht über youtube eben ich auch nicht weil du mir das ja empfohlen hast ja ist besser sei ich mal eine kochstelle von youtube bekommen auch nicht nur eine kochstelle ich mag ich sage ich sage mal so man kann das man kann das dann irgendwann machen wenn man ja wenn man ein paar abonnenten mehr hätte 3 2 genau richtig hast richtig gehabt so ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht ob ich hier weiter bauen will ich will erst mal hier vier und hier vier und dann gucke ich mal wie weit ich da bauen möchte okay ja ich versuche gerade mich mit den zuschauern zu unterhalten aber ich weiß nicht ob mir das gerade gelingt ja ich frage mich auch immer also ich habe 22 abonnenten hallo darüber freue ich mich sehr ja vielen dank vielen dank für die 22 ich freue mich 22 ist eine schöne zahl 88 wäre besser aber egal ich habe nichts mit 88 zu tun nein wieso habe ich 88 gesagt ich verstehe ich verstehe ich verstehe nur bahnhof gerade von dir aber egal ist ja 88 ja egal ist 88 kann man drehen wenn man will es bleibt trotzdem immer ein rechter winkel ha 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 Typically da latesen keine manchmal oder ja was 90 genau sie кажется sicherlich gleich sagen besch которые da war nicht schlecht wo alter ist es auch noch nazifeind必 jetzt muss ich jetzt muss ich ganz schnell licht machen bevor ihr gleich das bond nee kann ich jetzt nicht erwechselt tut mir echt leid ich hab ich muss mal eben kurz jemanden schreiben das und das jetzt in meiner aufnahme finde ich jetzt nicht sehen sie wie es weiter geht bitte schalten sie danach wieder ein kleines gewinnspielen gibt es in der beschreibung zu sehen bei matzis kanal und ja danke fürs zuschauen bis zur nächsten folge nein und das war's jetzt matzis wieder weg danke für die ganze pause wo finde ich nett dass du das so übernimmst gerade so ja jetzt jetzt so ich genau geben sie dieses video doch jetzt geben sie diesen video einfach einen daumen hoch das finde ich in ordnung ist total sozial richtig genau einfach so ja ja weil die meisten youtuber regen sich dann immer auf wenn sie so viele dislikes bekommen warum eigentlich warum überhaupt hallo also wenn man kritik nicht mehr abgerannt dann hat man auf youtube eigentlich nichts verloren ist man falsch ja oder ich kriege auch auch mal dislike also müssen wir gar nicht genau warum ich glaube ich habe auf diesem kanal noch keine dislike auch mein letzten kanal habe ich aber auch nur von einem bestimmten äh von mir nein nicht mit uns ja aber aber dafür dafür er hat er sonst ja gesagt warum er etwas gemacht hat aber ich weiß auch wer ja ja genau gut was ja nein 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 ich habe so ein weiblicher fan abnames arexu genau ein weiblicher fan okay kannst du machen wie du willst ich muss mal gleich eine schippe machen glaube ich aber ich habe ja holz dabei dann mache ich mir gleich noch mal eben schnell eine workbench wie lange nehmen wir überhaupt ich habe keine ahnung ich habe keine uhr dabei ja entschuldigung ich habe nehmt keine ich habe die werke pause für dich eingerichtet und du hast damit ich gucken kann wie lange schon aufnehmen da kann ich auch nicht gucken ja es tut mir leid ganz ehrlich nicht leid oder sind das peitschen äh keine ahnung ratisch ratisch nimm weiter auf du arsch achso ja nehm ich doch ja klar kein thema okay okay wird auch noch rassistisch oder machen nazis okay nein das habe ich nicht gesagt dass ich da hast du nein habe ich nicht äh eigentlich ja schon nee bist du jetzt deppert oder oder was was ist das denn hier secret trap es gibt eine secret trap chest uh okay 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 sehr gut sehr gut sehr gut habe ich nicht oben irgendwie ähm rubin oder so wo ich mir schnell eine schabitzacke machen kann schabitzacke schabitzacke hey warum komme ich da nicht hoch scheiße das läuft irgendwie nicht so wie ich das will warte mal ich muss den mal kurz abbauen glaube ich jetzt sehr geheim einfach mal was abgebaut naja ja ja komm mal 10 ja genau so sieht's nämlich aus moin jetzt komm doch mach mal hin da boah kann nicht so lange dauern hier das abzubauen endlich wo doch mal Zeit aber das geht doch nicht ich musste doch irgendwie eine chip dort hin machen können muss ich hier echt noch eine leiter hin machen kann ich warte mal zack äh oder ist das oder ist das wegen der wegen der schlamm ne wegen der ich mein entschuldigung okay das werde ich jetzt hoffentlich falsch verstanden ja hast du hast du gut